Willkommen zu Clash Royale. Die Karte brauche ich jetzt nicht wirklich. Was soll ich da noch? Okay. Was kriege ich da raus? Ist auch okay. Wow. Okay. Ab in den Kampf. Warte, Brinz. Brinz der Lüge. Nein, warum denn Ballon? Nein. Okay, er schafft ihn nur ein. Tut es weh nicht. Komm jetzt. Setz noch irgendwas. Sächlich. Ja, macht er. Werd ich auch machen. Okay. Und jetzt. Bäcker. Bäcker. Da setze ich auch mal den Bäcker hin. Aber setzt er noch irgendetwas dazu? Ja, setze. Werd ich auch machen. Komm her. Okay, ich hab endlich gewonnen. Komm her, dann auf die Seite natürlich. Falls er hier irgendetwas setzt. Hab ich hier noch was. Ja, okay, hau ich mal da rein. Bringt zwar relativ wenig, aber besser mit nichts. Mit C an einer. Ah, hat es geschafft. Oder hat es geschafft? Ja, wahrscheinlich schon. Den lasse ich mal so wie er ist. Warum nicht auf der Seite jetzt. Ich will mal den hier machen. Mal gucken, ob er was setzt. Ja, mhm. Er setzt auch was. Aber es tut immer mit mir nichts an. Komm her. Päcker. 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 Mhm. Komm, du setzt wieder den Bubi. In ihrem Maag ersetzt. Nicht Bubi, wie heißt denn der? Der. Der, was immer so durch ist mit dem Päcker. Keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Fällt mir jetzt nicht ein, wie der heißt. Aber im Wasser vorher gesetzt hat beim Päcker. Und jetzt? Gift? Genau. Ja, genau so. Okay, da kommt noch ein Päcker rein. Das kann man auf jeden Fall gut verteidigen. Jetzt geht er jetzt noch. Aber ich sollte es eigentlich gewinnen. Wenn nicht, dann wäre es schon bitte. Komm her. Ballon habe ich geschafft zu verteidigen. Okay, jetzt ist der Sieg. Das habe ich. Komm her. Na komm her, du. Jetzt habe ich es. Einen Kampf gibt es noch. Einen Kampf gibt es noch. Was euch das Video gefällt. Oder auch nicht. Schreib mal, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Päcker. Päcker. Malküre würde ich auch gerne setzen, kann ich aber nicht. Abwarten. Kommt noch was dazu? Ja, den meinte ich vorher. Genau den. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm her. Perfekt. Ich glaube, der ist lustig, oder wie? Ja. Cool. Jetzt geht durch. Ja, und jetzt einmal verteidigen. Jetzt kann ich irgendwie noch angreifen, oder auch nicht. Mal schauen. So auf jeden Fall nicht. Nee. Wahrscheinlich wird es auch nichts mehr damit. Und erstmal, ja. Erstmal, der kommt noch. Und dann wird der Päcker wahrscheinlich kommen. Außer er setzt noch irgendetwas so mit dem Holzfüller jetzt. Dann wird er halt später kommen, der Päcker. Aber er wird kommen. Er wird kommen. Mann, warum macht er so etwas Unnötiges mit, wie mit einer Walküre? Er war gerade nicht gut von ihm. Aber das war gerade stark von ihm. Das war gerade stark von ihm. Komm her. Kampfholz ist bereit. Setz die doch. Ja, jetzt hat er es. Aber kommt halt viel zu spät von mir. Kommt halt leider viel zu spät von mir. Nein. Ja, kommt viel zu spät. Aber egal, ich mach mal den hier. Es wird er schon verkraften können. Wow. Ist jetzt kein Spaß. Jetzt sitzt es hin. Aber jetzt kann ich es natürlich verteidigen. Kein Problem für mich. Die Wahrheit sind natürlich egal. Komm her. Komm her. Päcker. Lass mich mal den Päcker setzen. Bro, was macht der? Hilfen viele. Aber egal, nehme ich mit. Nehme ich mit. Komm her. Ja. Ja. Gut so. Gift. Perfekt. Damit habe ich es gewonnen. Ja. Nicht schlecht. Oh. Ein paar Züge von ihm waren wirklich gut. Aber dann waren ein paar schlechte Worte dabei. Und es hat nicht gereicht. Willst du auch mal laden? Hallo. Danke fürs Ansehen. Wow. Das habe ich auch noch gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.